Hallo Leute, Ahrensburg, Alex wie immer hier und ich habe mir gedacht, ich bin gerade an MW3 zocken, nebenbei läuft noch Bundesliga-Konferenz. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gerade irgendwie so ein bisschen nebenbei hört. Und ja, das Zocken ist bei mir eigentlich, das macht mir gerade ziemlich Spaß. Ich bin voller Elan. Eben hat Van der Vaart die Vorlage für Son gegeben, der wiederum das 1 zu 0 gegen den BVB gemacht hat. So, nimm das Chris, 1 zu 0 wir führen. Momentan. Nur 1 zu 0 momentan, das wird sich noch erhöhen hoffentlich. Und ja, ich habe gedacht, mache ich hier einen Live-Kommentary. Es läuft eigentlich ziemlich erfolgreich. Ich habe eben ein 41 zu 10 gehabt auf Arkaden. Und jetzt zocken wir hier mal mit der, wie heißt die, M14, M16, M14, irgendwie sowas. Auf Dome, mal sehen wie das läuft. Ist ja eigentlich nicht so eine Map, äh, ist ja eigentlich nicht so eine Waffe für die Map ungefähr. Äh, so ungefähr. Warum sage ich ungefähr? Oh, und da hockt gleich einer. Auf jeden Fall, ich bin ja eigentlich gerade voller Elan dabei, irgendwie am rumbrüllen, weil man in die Aktion, ich habe schon, äh, auf, wie heißt die, Blackbox oder so. Hätte ich fast eine MWB geschafft. Das war sehr knapp. Äh, auf Blackbox hatte ich, glaube ich, eine 20er Serie und dann war das Spiel vorbei. Und ja, ich zocke auf jeden Fall, äh, mein Lieblingsmodus, der hat sich Kill Confirmed und da, da irgendwo einer. Äh, zock Kill Confirmed. Ja. Ich habe übrigens keinen Rapid Fire Controller. Ich habe einfach nur einen schnellen Finger. Hahaha. Ihr wisst, was das heißt. Äh. Ja. Wie auch immer. Und da möchte ich nicht lang. Ich weiß gar nicht, ob das hier oben so sicher ist. Ah. Und meins hat sie eben, eben das 1 zu 0 gemacht. Wow. Oha. Nichts da. Nichts da mit Campen. Oha. 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 Und Specialist. Yeah. Oha. Nichts da. Dein vollautomatisches. Ja, diese kleine Nutzer. Die hat mich eben schon die ganze Zeit mit diesem fucking FMGA Chemo gegetan. Luft holen nicht vergessen. Oh, fick dich. Meine Fresse, ey. Lern doch mal ordentlich zu spielen. Er hat mich eben schon die ganze Zeit aufgeregt. Übrigens, die M14 oder M16, wie auch immer sie hieß, benutze ich mit Schalldämpfer und Rapid Fire. Oh, ich habe jetzt schon 5 Tode. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Puh! Der Map kann man damit einfach nicht spielen. Die Map insgesamt ist nicht so, gerade mal eine Lieblings-Map. Fick dich. Du hast es dir verdient zu sterben, wenn du mit FMG Akimbo hier rumrennst. Das hat er eben auf Arcaden schon die ganze Zeit gemacht. Ich glaube, der Typ war auch mein Nemesis. Er hat mich irgendwie, ich glaube, ich habe 10 Tode gehabt und ich habe... ...alleine, ich glaube, 7 durch ihn kassiert. Oh! Das läuft hier gar nicht auf der Map. Und ich werde gekillt, oder? Nein, war nicht. Genau. Oh, das gibt es doch nicht, weil die kleinen Nutten keine Ahnung vom Spiel haben. Ey! Ja, MP7, Mann! Ey, gegen solche Pro-Gamer habe ich gar keine Chance. Die sind viel zu gut in diesem Spiel. Aber guck, er benutzt schon die MP7. Das ist ja... Muss ja schon ein Überprofil sein. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Komm hoch, komm hoch. Wo zur Hölle kommt der auf einmal her? Der spawnt da! Ja, ey, leck mich doch. Scheiß Kack spawnt, ey. Die sind im gesamten Spiel so scheiße. Lieber außen rum. Geil confirmed. Ah. Genau so läuft das. Na, oh, gedammt! Ich wollte ihn gerade messern. Wir verlieren. Sammel doch die verdammte Marke ein! Du kleiner Idiot! Mann! Egal, 32. Guck mal, ich habe immer die meisten Punkte. Weil ich sammle mich auf die Marken ein. Gegenteil zu den anderen Idioten. Oh, egal. Gleich gucke ich wieder HSV und dann ist alles in Ordnung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Rest in Peace, Headphone-User. Und die Arztrechnung für den Ohrenarzt, da ihr jetzt irgendwas mit dem Trommelfeld habt, übernehme ich nicht. Genau wie sonst zu geschehen. Ja, das war's dann von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!